der Bremse der kommt von dem von unserem Auto Club ich weiß gar nicht wo wir hinfahren IAIA NAHUH 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 tot der Postmusspunkt ist abkult? ja hab ich schon ging schnell heute oh ja oh scheiße wir stecken fest es brennt ja geh weg oh nein oh nein komm die das Spiel ist abkackt weil wir zu zweit im was echt? ja direkt von hier oh oh weiter es leckt lebe ich noch es leckt wie saugrad ihr eh es leckt wie saugrad ihr eh ich hab stand blöd ich hab net mal ich hab net mal ne Waffe in der Hand ich hab nur die Animationen die ziehst du ja Thomas oder? ja ja ach komm ach da ist auch ein Kopfschuss ja der läuft zu dir der war schon wie geht das? vom Erdwob ohne dass er mich überhaupt gesehen hat ja das war bei mir exakt das gleiche ich hab net mal reportet das war bei mir auch ich bin jetzt hinterher und oh shit ok ich komm ausgenockt ausgenockt genauer hat es genockt tot der zweite war sofort eine ausgenockt mit der dp 28 ja das ist ein mg äh ne ein alter rennt rein in die Hütte ufff noch einen ausgenockt mit der SCAR ja ihr seid ja noch ne Ferdi ja Thomas macht einer auf Rambo noch einen ausgenockt mit der SCAR wo die denn kill? da ist glaube ich noch einer drin jawoll ja fuck grad nachgeladen hinter uns hinter uns am Garagenhaus bitte ja ja ich hab ich hasse es ich hasse es so sehr ich kann sich gar net sagen ja Granaten kill ok ich komm markiert mal euer Ding weil ich seh es nicht auf äh ja markiert ok ich komm wie willst du denn umheben? äh ja oh wie willst du denn umheben? äh ja oh ja geh mal kurz weiter raus kannst du Granaten oder was? komm oh oh wir werden es erstmal mit dem Auto probieren ok? ok ok passt wir können weiterfahren ich fahr mal mit dir mit Thomas ja ja erst wenn es geht danke Drehpower oh shit jetzt aber jetzt schnell WAS?! wie bin ich tot? warte mal warte mal warte mal achers wie könntest du überleben mit er und du nicht ich hab kein einzigen Damage ich war sogar noch weiter weg wie du ja ja nein oh nein wo bin ich die werden hinten rum fahren ja es hat sich direkt total ja okay ne ich hab die beiden gekillt gröne Malgoes ha ha euch stif ne brav Bis zum nächsten Mal.